Sein wahres Selbst zu finden, ist ein Akt der Selbstliebe. Es auszudrücken, ist ein Akt der Rebellion. Und genau um dieses Thema soll es heute gehen. Ich möchte dir zeigen, dass dein Verlangen nach mehr im Leben, dein Umfeld massiv bedroht und warum du durch ein bisschen mehr Mitgefühl mit diesen Menschen den Sprung aus dem Hamsterrad schaffen kannst. Und ich kann mich noch so gut an diesen Moment erinnern, vor über 10 Jahren, als ich selbst noch in einem Großraumbüro gesessen bin mit 50 verschiedenen Arbeitskollegen und plötzlich für mich so realisiert habe, das kann es noch nicht gewesen sein. Da draußen gibt es mehr. Und die Entscheidung dann zu treffen, zu sagen, okay, ich gehe, die hat natürlich auch die Menschen um mich herum verunsichert. Und es hat meine Familie verunsichert und es hat meine Kollegen verunsichert. Mischa, warum willst du dein Leben verändern? Ist es nicht gut, so wie es ist? Das heißt, mein Wunsch nach mehr im Leben hat automatisch auch den Menschen um mich herum signalisiert, dass ihr Leben nicht gut genug ist. Und deswegen bedrohst du mit deinen Ansprüchen automatisch auch dein Umfeld. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann hörst du auch auf, mit deinem Finger auf die anderen zu zeigen und zu sagen, dass dein Umfeld dich runterzieht, verurteilt oder vielleicht auch ignoriert. Zu sehen, dass du hier die Anomalie bist, dass du der Exot oder die Exotin bist. Zu verstehen, dass man in Deutschland mit ganz spezifischen Werten aufgewachsen ist, wie zum Beispiel Sicherheit, Planbarkeit, Ordnung, Bodenständigkeit, Bescheidenheit, ja nicht zu viel wollen. Das ist das System, in das wir alle reingeboren wurden. Und wenn du jetzt für dich erkennst, dass diese Werte dich nicht glücklich machen, nicht mal deine Werte sind, sondern du in diesem System aufgewachsen bist, wo man diese Werte von dir verlangt hat, dann wirst du auch bei dir ein sehr unangenehmes Gefühl feststellen. Denn in dem Moment, wo du dich einer neuen Welt öffnest oder sogar einem neuen Leben, bricht auch ein Teil deiner Identität auseinander. Und das ist die Angst, die du vielleicht noch hast. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, dein Leben zu hinterfragen, den Status quo zu hinterfragen in irgendeinem Lebensbereich, vielleicht ist es nicht mal die Arbeit, vielleicht ist es die Beziehung, die du führst. Vielleicht möchtest du eine andere Beziehung führen. Vielleicht möchtest du einen spirituellen Weg gehen und dich spirituell weiterentwickeln. Oder vielleicht ist es auch ein alternativer Lebensweg, wie zum Beispiel das Chain is Life. Vielleicht guckst du dir meine Videos an und hast Hemmungen, diese mit deinen Freunden zu teilen, weil du denkst, dass wenn du jetzt auch diesen Weg gehst, sie dich dann verurteilen. Ich habe sogar eine spannende Statistik für dich. Und zwar befrage ich immer wieder die Leute in meinem Mentoring, ob sie mit ihrem Umfeld teilen, dass sie gerade mit mir zusammenarbeiten. Und jeder Fünfte und jede Fünfte traut sich am Anfang nicht, das mit ihrem Umfeld zu teilen. Das heißt, Menschen haben auch Angst zuzugeben, dass sie sich weiterentwickeln wollen, dass sie mit einer Person zusammenarbeiten. Das heißt, auch dieses Gefühl, Hilfe zu holen, das ist für viele Menschen peinlich und genau deswegen stagnieren sie. Und dann kommen natürlich auch die typischen Reaktionen des Umfelds. Entweder sie ignorieren dich komplett oder sie fangen an, über dich zu lachen, hinter deinem Rücken herzuziehen oder sie greifen dich direkt an und versuchen, dich auch runterzuziehen. So der typische Krabbeneffekt, den man auch immer wieder hört, dass wenn jemand sich weiterentwickeln will, dass das dem bestehenden Umfeld nicht gefällt. Und statt diese Leute jetzt zu verurteilen, geht es wie gesagt darum, es zu verstehen und dann trotzdem deinen eigenen Weg zu gehen. Und im besten Fall hast du mindestens mal eine Person in deinem Umfeld, die deine Weiterentwicklung unterstützen und fördern möchte. Wenn Menschen nämlich selbst mit sich im Reinen sind und selbst zufrieden sind, dann sind sie auch offen gegenüber der Veränderung von anderen Menschen und unterstützen das im besten Fall sogar oder fragen zumindest mal kritisch nach und geben konstruktive Kritik oder sind einfach sau neugierig und fragen dich so, hey, erzähl mal ein bisschen mehr. Das heißt, im besten Fall hast du bereits schon Menschen in deinem Umfeld, die neugierig sind, die mit dir vielleicht auch in die gleiche Richtung gucken, aber wenn du sie noch nicht hast, und das ist jetzt der wichtigste Tipp hier, du kannst nur dein geilstes Leben für dich kreieren und wirklich frei werden, wenn du diesen Weg selbstbestimmt aus dir heraus gehst. Das heißt, sobald du anfängst, andere Menschen zu fragen, was ihre Meinung ist, bist du nicht mehr selbstbestimmt und du machst dich abhängig von der Meinung dieser Menschen und du wirst nie dich selbst wirklich erforschen und kennenlernen. Außerdem ist es wichtig, dass du dich auch nicht als was Besseres siehst als die anderen. Das heißt, dass du wirklich sagst, hey, ich bleib bei mir und auch wenn Menschen mich vielleicht kritisieren, verstehe ich sie lieber, als so zu tun, als hätten die es noch nicht gecheckt. Das war auch ein großer Konflikt in meiner damaligen Entwicklung. Was auch dazu kommt, und das ist auch essentiell, dass wenn du keine Menschen in deinem Umfeld hast, die dich aktuell unterstützen, wenn du das Gefühl hast, du bist komplett alleine, dass du auch vertraust darauf, dass wenn du jetzt losläufst, genau die richtigen Menschen in dein Umfeld kommen werden. Dass du vertraust, dass es immer wieder Menschen geben wird, neue Menschen, die besser zu dir passen und du damit auch glücklicher wirst. Das heißt, diesen Weg jetzt mal aus dir heraus selbstbestimmt alleine zu gehen, heißt nicht, dass du alleine bleibst und das Vertrauen brauchst du. Und das Wichtigste zum Schluss ist auch, dass du nicht mehr wartest, dass sich die Umstände verbessern, dass sich plötzlich was verändert, sondern dass du jetzt, trotz der aktuellen Umstände, in die Umsetzung kommst und dein Leben für dich persönlich veränderst. Wenn du das einmal machst, dann kommst du in die Aufwärtsspirale und dann wird sich dein komplettes Leben verändern und die Menschen um dich herum werden immer neugieriger, weil sie merken, du hast es gecheckt, du machst es aus dir heraus. Und wenn es jetzt einen Teil in dir gibt, der noch zweifelt, der vielleicht den Weg schon sieht, aber nicht weiß, wie er ihn gehen soll oder irgendwo noch eine Unklarheit ist, du weißt nicht genau, wo du anfangen sollst, du verstehst noch nicht genau, was der nächste Schritt ist, dann kannst du dich jederzeit auch bei mir melden. Es gibt einen Link unter diesem Video und damit kannst du dich für ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir und meinem Team bewerben. Dort können wir nämlich zusammen wirklich rausfinden, wo du gerade stehst und was der nächste Schritt in deinem Leben ist. Und das bieten wir allen Menschen kostenlos an und es kann natürlich auch zu einer Zusammenarbeit kommen, sofern wir merken, dass du es wirklich auch ernst meinst. Und das Schöne ist, dass die Leute, mit denen du sprichst, bei mir, bei The Chain is Live, wir sind wirklich neugierig, wir wollen wirklich wissen, was bei dir abgeht, wir wollen dir helfen, wir wollen dich unterstützen und deswegen nimm diese Chance wahr. Das könnten nämlich wirklich die besten 20 Minuten sein, die du schon seit langem in dein Leben investiert hast. Denn wir gehen den Weg zusammen und das ist der Grund, warum unsere Kunden auch so happy sind und warum wir mittlerweile über 500 Menschen auf diesem Weg begleitet haben. Und zum Schluss noch mal eine Sache. Es gibt immer wieder Gründe, warum man etwas nicht tut. Aber ich merke immer wieder mehr, dass Menschen, die wirklich etwas wollen, immer einen Weg finden. Und die, die es nicht wollen, die finden Gründe. Und zu welcher Gruppe du dich selbst dazu zählst, das entscheidest am Ende des Tages nur du. Schreib es auch gerne in die Kommentare, wenn ich dich jetzt gerade dabei erwischt habe. Schreib mir gerne deine Gründe auf, warum es nicht funktionieren soll. Und gib mir auch gerne Feedback, wenn du schon eine Stufe weiter bist, welchen Weg du gerade gehst. Denn am Ende gibt es nur einen Weg und das ist dein Weg. Und den können wir zusammen gehen. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Dein Mischa. Peace out. Bis zum nächsten Mal.